Im vorhergehenden Clip haben wir gesehen, dass man im Hintergrund hier einen Farbverlauf setzen kann. Hier übrigens, dieses X taucht im Ausdruck nicht auf. Das ist nur der Hinweis, dass es sich hier um einen Bildrahmen handelt und nicht um einen Textrahmen. Der Textrahmen hat dieses Kreuz nicht. Gut, wenn man das Bild zwischen zwei Textrahmen hat, ich füge hier mal einen Beispieltext ein. Und hier dann nochmal einen, wobei ich das gleich verkette. So, und dieses Bild möchte ich jetzt hier entsprechend haben. Man sieht hier schon, das setzt sich automatisch in den Hintergrund. Ich kann aber jetzt hier bei XYZ sagen, ich möchte dieses Bild, das muss ich natürlich jetzt treffen, in den Vordergrund haben. Man sieht hier auch übrigens die einzelnen Ebenen. Also dieses Textfeld war zuerst da, Ebene 1, Textfeld 2, Ebene 2. Und darum schiebt sich das schrittweise in den Vordergrund und in den Hintergrund. Und so, wenn ich das Bild im Vordergrund habe, wird der Text verdeckt. Und jetzt muss ich natürlich das so einstellen, dass der Text entsprechend um das Bild herumläuft. Also ich kann hier einen Rahmenumriss benutzen. Und der Text läuft nun um das Bild herum. Ich kann aber auch noch Folgendes machen. Ich kann dieses Bild nehmen, kann hier entsprechende Drehungen einbauen. Da müssen wir wieder aufpassen. Und ich kann es auch bis zum Rand raus schieben und habe dann ein spezielles Design in der Bilderanordnung.